Beim Einwurf weiter werfen. Die Energie kommt aus dem Bauch, aus dem Bein, aus dem Rücken und aus dem Bereich des Armes, genauso wie die Handgelenke. Greift den Ball wie in einem Löffel, um mehr Energie nach vorne zu bekommen. Und ihr könnt dann entweder gerade nach vorne werfen oder ihr könnt die Energie seitlich nach vorne machen. Lehnt euch gut zurück für mehr Energie. Macht den Ball so weit nach hinten, dass die Ellbogen gerade nach oben zeigen. Zieht beim Werfen eurem Fuß noch mit nach vorne für mehr Energie. Lasst den Ball bei ca. 45-50 Grad in der Luft los. Und geht beim Abwurf noch mit auf die Zehenspitze.